so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja schon das hab ich naja hier die kometa vesuv oder vesuv ja das sind 10 vulkane für 3,50 euro hier seht ihr es wieder keine NEM gegeben kometa halt und so sieht der ganze spaß auf fährt scharf jawohl steht auch nichts drauf gucken wir mal wie die sind bin eigentlich relativ gespannt machen aber auf jeden fall dann später noch ein und let's go aber danke dass ihr die ausgeschüttet habt so schlecht sind hier ist auf jeden fall nicht so ich fand ich ganz gut so jetzt schon jetzt noch ein vesuv von kometa also das war richtig knapp jetzt also das soll es wissen ist weil ich nicht aber die teile jetzt noch ein fächer von den schönen vulkanen wir standen zwar falsch aber diesen richtig schön auf jeden fall ich finde die schön ihr nicht so kaufempfehlung wenn ihr mal irgendwie in polen seid aua gespannt